Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Test der Monitorlampe, die habe ich jetzt hier ausgepackt, die will ich nämlich dann bei meiner Mutter anbauen, aber wir wollen sie ja vorher erstmal testen, ich brauchte doch diesen kleinen Würfel nur, die Anleitung, die brauchte ich gar nicht, ich brauchte nur den kleinen Würfel, ich habe meinen Bildschirm irgendwie dünner im Gedächtnis, als er eigentlich ist, sagen wir mal so, aber nichtsdestotrotz, ich habe die jetzt angeschlossen, wartet mal, ich muss dafür erstmal drehen, muss mit dem Bildschirm nochmal drehen, wartet, und die Füße vom Stativ offen machen, damit ihr das sehen könnt, so. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt vernünftig erkennen, ich kann auch, glaube ich, noch ein Stück, nee, so. So, also hier oben befindet sich jetzt praktisch die Lampe, die ist, äh, habe ich festgemacht, der, dieses Leaf-USB-Kabel kommt hier raus, und, nicht erschrecken, mein Tisch sieht nicht so toll aus, ich bin halt schon den ganzen Tag hier dran, und sieht ein bisschen wüst aus, ich muss da erstmal wieder aufräumen. Äh, hab den hier am Verteiler dran, und jetzt testen wir das einfach mal, und wenn wir das testen, machen wir natürlich dunkel, so, Licht aus, mein Streamlicht ist aus, nicht wundern, draußen ist dunkel, weil es ist nachts, es ist jetzt, äh, kurz vor 23 Uhr, also wenn wir das testen, dann testen wir das auch richtig, so, und ich würde sagen, ich mach die jetzt einfach mal an, äh, wartet mal, wo war die an? Ach Gott, Moment, ach, ganz rechts, okay, ganz rechts war an, da, da ist an, äh, ach, das wird automatischer Lichtpegel sein, ach, das ist die Temperatur, und das ist die Helligkeit, wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, ja, nee, ich hab mich verdrückt, so, also das ist die niedrigste Helligkeitsstufe, die ist an, ja, ist an, eins, zwei, drei, aus, also das ist jetzt die hellste Stufe, für euch sieht es natürlich viel heller aus, weil ihr guckt von unten rein, normale, also normale Sicht ist diese hier, also, äh, meine Augen sind praktisch, hat das, so, und das kann man dann auch noch, Oh, opala, zeig's los, ihr macht, Moment, Vorfühleffekt, aber ihr könnt da das gleich mal sehen, dass das eigentlich ganz einfach zu befestigen ist, zieh das hier hinten raus, mach das hier hinten rum, das Gewicht fest, so, und dann halte ich hier fest, und mach das hoch, so, und machen wir das nicht wieder aus, und jetzt sehe ich jetzt zum Beispiel, die leuchtet gar nicht mehr, also, praktisch, ich gucke so rauf, also, komisch, weil seine Kamera sieht man noch ein bisschen, aber ich sehe gar nichts, und der Platz ist hell erleuchtet, wir haben Tastatur, Maus, also das, was wir brauchen, ist erleuchtet, und wenn es nicht ist, sieht so aus, also, es bringt schon was, so, und jetzt gucken wir uns das mal an, Moment, äh, die Temperaturen, die Farbtemperaturen gucken wir uns jetzt an, Oh, mein Monitor muss ich mal putzen, wie, ey, so, ja, das ist, das ist gelb, das ist gelb mit ein bisschen weiß, das ist rein weiß, würde ich jetzt sagen, und das ist dieses weiß-blau, würde ich sagen, wir lassen aber mal gelb, ich finde das gelbe viel besser, ich finde es für die Augen halt schöner, und dann testen wir jetzt einfach mal, den automatischen, Fokus, also, die Lichterkennung, indem ich einfach mit dem Handy mal, hier oben hin strahle ich irgendwo, hier war der Sensor, oder? Ja, hier, da ist der Lichtsensor, und ich nehme es jetzt gleich, weg, und dann müsstet ihr sehen, dass es dunkler ist, und heller wird, ja, das kann man gut erkennen, also, Lichtsensor funktioniert gut, vorhanden, so, jetzt machen wir mal wieder Licht an, Kameramonitor hier drehen, also, an sich ein guter Gerät, gut verarbeitet, also, nicht nur, ich meine jetzt nicht nur die Lampe an sich, ich meine Kabel, da haben wir ein Sleeveden-Kabel, USB-C-Kabel, äh, die Enden sind auch gut verarbeitet, also, da ist nichts locker, die Lampe ist stabil, die LEDs sind, wie bei den teureren Varianten, nicht direkt so ausgerichtet, dass sie nach draußen scheinen, sondern, in einem gewissenen Winkel, die Tasten funktionieren ganz gut, haben gleich erkannt, der Lichtsensor hat funktioniert, die Halterung finde ich ein bisschen mau, aber das kann man verzeihen, man will die ja nicht 20 mal umbauen, baut die einmal an und dann soll die ja da bleiben, ich werde die jetzt auch gleich wieder abbauen und morgen zu meiner Mutter bringen und an ihren Monitor bauen, damit die eigentlich mal solitär im hellen, also mit ein bisschen Licht spielen kann, die spielt nur solitär, fragt mich nicht warum, die spielt nur solitär, das Spiel hat sie ja angetan, die spielt nur solitär, aber das halt auch bei Dunkelheit und dann nur der Monitor und das ist halt nicht so gut für die Augen und die soll da ein bisschen Licht haben, deswegen geht die dann zu meiner Mutter, die testet das eine Weile und dann werde ich noch ein Fazitvideo natürlich machen, wie die dann abgeschlossen hat, was meine Mutter sagt, werde die natürlich vorher alle einstellen und so, dass er nur Knopf anmachen muss, Knopf ausmachen muss, Lichtsensor weg anlassen, alle drum und dran und dann bin ich gespannt, was er dazu sagt. Also alles im einen, von mir kriegt sie ein gutes Fazit bis jetzt, also macht das, was er soll, sie macht das sogar sehr gut, funktioniert einwandfrei, gut verarbeitet, preisgünstiger als die Konkurrenz, also als die teureren Marken, die schon auf dem Markt bestehen, habe ich ja auch schon einige getestet davon, aber ist halt, wie gesagt, ist halt nur in dem Produkt, also die Knöpfe sind halt nicht so hochwertig, wie bei den teureren, aber sie machen das, was sie sollen und sind gut verarbeitet, also warum nicht, also von mir eine ganz klare Empfehlung, mal gucken, ob es nach einem Hardware-Check immer noch so aussieht, wenn meine Mutter die jetzt eine Weile checkt hat und dann kommt dann später nochmal ein Video. Ich bin den ganzen Tag nochmal weg, ich hoffe, es hat euch gefreut, wenn es euch gefreut hat, Däumchen, wir haben Träumchen, Link zur Lampe packe ich euch in die Videobeschreibung, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, Aoi, sagt euer Odin. Odin's Test Odin's Test Odin's Test